Willkommen Freunde! Ihr werdet mir sicher zustimmen, dass unsere Mutter die Person im Leben ist, die uns am nächsten steht. Egal wie alt wir sind, wir brauchen sie immer. Unsere Mutter hat uns das Leben geschenkt und uns vor allen Widrigkeiten geschützt. Nicht, weil es ihre Pflicht ist, sondern weil eine Mutter nicht anders kann. Das gilt für alle Mütter, auch wenn wir über Tiere sprechen. Tiermütter sind sehr fürsorglich mit ihren Jungen und verlassen sie unter keinen Umständen. Nur der Mensch kann sie trennen. Im heutigen Video werde ich euch eine rührende Geschichte über ein Pitbull-Weibchen und ihre Welpen erzählen. Diese Geschichte ist herzerweichend. Leider sind viele Menschen auf unserer Welt um ihre materielle Situation mehr besorgt als um Gefühle und sogar das Leben von Tieren. Aber Tiere vertrauen uns und sie sind sehr von uns abhängig. Und nur das Gute kann diese Welt retten. Eines Tages riefen mitfühlende Bewohner den Tierschutz an und berichteten, dass seit einigen Tagen eine unglückliche Pitbull-Hündin um ein Haus streift und nach ihren Welpen sucht. Die eingetroffenen Rettungskräfte sahen sofort an den prall gefüllten Zitzen, dass das arme Tier kürzlich Welpen zur Welt gebracht hatte. Die Hündin sah die Helfer flehend an, als ob sie bitten würde, ihr ihre Jungen zurückzubringen. Sie führte die Rettungskräfte zu dem Haus, in dem sich die Welpen befanden. Wie sich herausstellte, hatten die Besitzer das Tier gleich aus dem Haus gejagt, nachdem die Welpen geboren waren. Die Hündin war abgemagert und erschöpft. Und ihre Jungen hatte sie seit Tagen nicht gesäugt. Die Welpen gaben die Besitzer den Rettern nicht freiwillig heraus, aber die Pitbull-Mutter konnten sie ohne Probleme ins Tierheim mitnehmen. Später sind die Retter mit einer Vertreterin des Tierschutzes erneut zu diesem Haus mit der jungen Frau gekommen. Diesmal nahmen sie ihr die Welpen weg und brachten sie zu ihrer Mutter ins Tierheim. Glücklicherweise hatte diese Geschichte ein Happy End und den Rettern gelang es, die Welpen wieder zu ihrer Mutter zu bringen. Eine ganze Familie zu retten, ist eine rührende Geschichte. Seht nur, wie zärtlich die Mutter ihre Jungen begrüßt. Vielen Dank an die Helfer! Das war's für heute. Gebt dem Video ein Like, abonniert unseren Kanal und bis bald! Bis bald! Bis bald! Untertitelung des ZDF, 2020